Als Weltpremiere stellte Land Rover gestern auf der Los Angeles Auto Show erstmals seit 20 Jahren eine Langversion seines Luxus-Liners Range Rover vor. Wie könnte es anders sein als königlich-nobel? Die um 200 mm verlängerte Karosserie des Range Rover Long Wheel Base kommt in vollem Umfang den Passagieren zugute, die im Fond nun noch großzügigere Beine- und Bewegungsfreiheiten genießen. Darüber hinaus ist der zu Preisen ab 130.000 Euro lieferbare Range Rover XXL selbstverständlich mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet, die das Reisen in den noblen Briten so einzigartig machen. Die Langversion des Range Rover ist ab Dezember bei den deutschen Land Rover Vertragshändlern bestellbar. Voraussichtlich im März, April 2014 starten dann die Auslieferungen. Wenn Sie nicht dabei sind, lehnen Sie sich jetzt zurück und genießen Sie. Vers 15 Jahr 2011 starten dann die Auslieferungen. Untertitelung des ZDF, 2020